Was nehm ich ihm mal als Intro, wenn ich kommentierter will? C'ila urla de clemencia De 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 clemencia Das ist richtig geil, das Lied, Alter Ist einfach dumm, aber ja, gut Und du kannst abgeben für unseren Sieg De 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 clemencia Oder warte, lass eben noch ein bisschen dancen und den Sieg genießen De 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 Oh, scheiße Warte mal Bis sie schreiben Oh, gib ab, du Spastie, Alter Weißt du? Wir gehst auf Youtube, Junge Stressor Genieß den Dance, Alter Oder gib so arrogant Nicht ab, weißt du? Wir haben die Flagge Aber wir machen's über Zeit Alle B11 kommen und tanzen Oder gib bei 1,95 oder so Kannst du ab? Geht nicht wahrscheinlich Na klar Klare Warum dance der Typ nicht mit, Alter Der Jäger kommt zu, aber dance nicht Jäger Dance eben Warte, ich schreib's, ne? Youtube Dance Schnell Oh, ich hatte grad zum Blick Oh Mann, dass die Community nicht mitzieht Oh Mann, dass die Community nicht mitzieht Oh Mann, dass die Community nicht mitzieht Jäger Dance, Alter Yes, Mann Yes, Mann Ja, Mann, Alter Für die EP gebe ich gleich nochmal eben ab, ja Ja, klar Ich geb jetzt einfach eben ab Und 5 Und 4 Und 3 Und 2 Und 1 Es ist vorbei, Jungs, es ist vorbei Es ist vorbei Gib schnell ab, Alter Bei 96 Boom Boah, 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 boah Und durch die Flagge haben wir noch 4 Siegespunkte bekommen Und das war der entscheidende Sieg Daiko und Pelon Das geht hier immer noch weiter, oder was? Ja, das ist immer dieser Bug hier Boah, guck mal, der Der Hexer 33 Kills, Alter, was ist das denn, Alter? Was ist das denn, Alter? Ah, einfach Dot-Kills, ne? 88, 270k live Dot-Kills Hey Dot-Com ist, äh, für Internetseiten Das ist Dot-Kills So, Last BG, oder was? Können wir durchziehen? So eine Runde Wurzel? Boah, direkt BG, yes Irgendwie läuft's grad echt krass Oh, nochmal Schlacht Gilney Von mir aus Schlacht um Gilney Ist aber auch nicht mein Lieblings Wir haben heute bestimmt wieder 100 Folgen WoW gemacht Yes Ist aber auch nötig Ich hoffe, du hast... Ich hoffe, dein Aufnahmeknopf hat funktioniert Ah, der ist noch am Brennen, Alter Ich frag mich an dem Moment, wo wir mal 8 Stunden aufnehmen Und... Und du sagst mir am Schluss Oh, nicht gedrückt Ja Das wär aber richtig heilig Wir haben nochmal 10 Stunden FIFA aufgenommen 10 Stunden FIFA aufgenommen Oh, mein Rücken ist kaputt von dieser scheiß Bauchmaschine Jaaaa Dass du immer noch in diese Bauchmaschine gehst Ich glaub jetzt nicht mehr, weil da wirklich mal Rückenschmerzen von dem Scheiß Und jetzt sitzt es so gut Ich geh mal kurz püten, Mann Ich unterhalte hier mal kurz Nexus Ich unterhalte hier mal kurz Nexus Nexus Wenn du die Folge siehst What is your question, Alter? Welche Frage hast du genau an mich? Ich stehe... Wir stehen vor Sturmwind Vor Sturmwind Vor Sturmwind Was soll ich da noch zu sagen? Sturmwind im Wald von Eleving Nicht Sturmwind Hamburg-Altona Das dürfte jetzt eigentlich geklärt sein, diese Frage Was gerade... YouTube So... Meine Fresse Ja, wir genießen's, wir genießen's Es geht gleich los Inner... Und 9 Ey Und die Tür verklemmt Ey, das 10 ist immer doppelt Ja? Ja, da stand grad 10 und dann kommt nochmal 10 Nice Also dauert das Warten nicht 2 Minuten, sondern 2 Minuten und 1 Direkt WW durchreiten Äh, können wir... Okay Die größte Zahl geht Leuchtturm oder was? Scheiße, warum hab ich jetzt Cola Light getrunken, Alter? Ich muss gleich vor Wazzy nochmal schnell pipi Piss, piss Das krasse ist einfach nur Ich hatte nämlich, wo ich Samstag gesagt hab, du musst eigentlich vorbeikommen, wo Bundesliga war Ja Habe ich dir gar nicht am Telefon erzählt, weil da hatte ich die, die, die Begegnung Also... Die, 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 die Hätte für 10 Jahre gez... Oh, ich glaub die Russian Mine, Alter Scheiß drauf, ganz... ist ein Noob, ist ein Noob Bin direkt betäubt und alles Ja, ich nehm grüner Daumen Dieser Trick ist alles Ein komischer Schmuck, Alter Versuch mal irgendwer zu taben, Alter Ich versuch's jetzt Ich steh auf so ner Blasen und man sieht mich nicht 5! Oder bist du schon vor mir? Ich bin... vor dir Und... Cool Das geilste Mine ist doch gleich hundertprozentig weg, Alter Ehrlich ist immer Boah, jetzt gehen alle vor Mine, Mine, er schreibt's, er schreibt's schon Ja, Mine ist doch hundertprozentig weg Und dieser Nelly müsste eigentlich mal... Ah, push dich doch Ja, wir müssen hier weg jetzt, wir müssen hier weg Ja, ich bin schon auf... auf dem Weg zur Mine Ich geh jetzt direkt LT Wo kommen die denn alle Mine, Alter? Ah, Mine eingenommen, nice Boah, nee, nee, jetzt kommt ein paar WW auf jeden Fall Ja, ein WW von uns sind die meisten Ist Mine, schafft ihr das da irgendwie? Ich komm hier nicht mehr rüber Ach so Oh, die sind da 3 gegen 1, Alter, bei der Mine Ja, und hier geht jetzt die Luzi, oder? Vielleicht wird's doch mal so'n schöner Abschluss-Winner, ne? Ja Gönnt ihr uns das, Leute? Gönnt ihr uns das, Luzi? Leute von heute Heiligschaden gesperrt Für Teuf Hahaha Geil, ne? Ja, Heiligschaden gesperrt Das hab ich auch zum ersten Mal gelesen Die oder die, was so... Wollen wir mal Leuchtturm stressen? Na klar Einfach mal in den Gegenpeitschen Ich komm nicht auf mein Maul und warte eben kurz um mich Also man soll ja auch Feuer machen, um Feuer zu machen Das ganze ist wie wir def jetzt gleich einfach keiner, oder was? Aber warum hab ich neben meinem PC sessel hier nicht so'n Pinkelklo? Auf jeden Fall hol' ich mir bald ne Bettpfanne Ja, das überleg' ich auch Ja, ehrlich Dass man nicht aufstehen muss, weißt du? Ja, einfach so Pinkeln in so ne Bettpfanne rein, ist ja auch nicht so eklig Ich find's morgens eigentlich schlimmer Boah, da sind direkt welche, die aufgeben, Alter Deswegen sind da drei, vier am Def Komm lass hin Ja, Moment Einfach stressen Die vier halten wir auf Moment, Moment, Moment Ich will nur ganz kurz gucken hier, was wir da haben Wieso, wie viel stehen die denn da, Alter? Das ist einer von uns Warte, ich mach Trick, 88 Ich hab ihn geholfen Oh nein, ich wurde betäubt, Alter Ich heil' den Typen Oh, ich wurde wieder betäubt, Alter Scheiße Ich versuch' die alle wegzudingsen Ja Ich hab'n Krieger am Arsch Schade Ich hab' auch alles am Arsch Willst du mich eraschen, Alter? Wird der das denn gerochen, Alter? Ich bin nur betäubt Ich kann nichts mehr drücken, außer Wille der Verlassen Und noch überlebt, Alter Vielleicht sieht er das nicht Ich hab' überlebt Oh, ich hätte was getabbt, Alter! Ich hab' 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 was getabbt, Alter! Ich heil' dich noch besser Ich heil' dich noch besser Ich heil' dich und heil' mich Gib' uns noch mal Schild, falls möglich Ja, ich hab' die Schild Wir halten jetzt ab Ich mach' verbinden, Heil'ung! Heil' die Schild' 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 Oh, Leute, Leute! Seht ihr da so? Stell' dich in die Blase! Ja Stille, Alter! Ich kann nichts mehr machen! Kann ich mal mit dem... Nein, ich... 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 Gen' weg! Hah... 以h... Ich... Ich g inne... Ich g' hjau' auf Gross, Alter! Es ist bitter Ich hä saints noch mal drin Keine... Er... Er die lebt noch! nerves Hier ist das Gine Eid an WW Ist nichts los! Wir haben alle da gehalten. Ja, klar. Das heißt, wir müssen mich die beschäftigt haben. Ich gehe jetzt auch wieder zurück. Ich habe zwar keinen Mana mehr und nichts, aber egal. Ich sterbe jetzt auch vielleicht von so einem Krieger. Egal, ich gehe direkt wieder Leuchtturm. Nein, ich bin wieder durch... Ah, nice, Alter. Bist du, lebst du? Ja, doch, aber nicht mehr lange, Alter. Ich kann sagen, wir haben auch Hymn. Egal, ich komme gleich mal aus dem Hintergrund und tapen. Ich komme aus jetzt... Lock die alle weg, Alter. Ja, warte. Ich komme. Und stell deinem Psycho-Schrecken an die Dings. Es ist zu spät. Lock ich, Alter, nochmal weg. Ist keiner mehr. Eventuell, wenn ich... Geh hin, ja, ja. Ich lasse die hier nochmal ab. Nein, der ist zukunftsruid! Oh nein, nur der Druide! Dieser Pistruide, Alter! Aber egal, wir haben viele weggelockt. Ich kann jetzt vielleicht mal testen. Oh nein, der Creed! Der will mich schon seit drei Stunden töten, Alter. Oh, jetzt bin ich beteiligt. Jetzt ist es vorbei, mit mir. Schurke auch noch. Nein! Gib dir nochmal den hier. Ich will nochmal vier. Ich kann nichts drücken, außer nochmal vier. Und alle nochmal weggelockt. Ich habe auch kein Mal. Ich muss es jetzt mal unterstellen. Oh, was für eine neue Runde nochmal. Yes! Das ist eigentlich schon fast ein Safe-Win, Alter. Ich gehe auch nochmal leuchten. Wie lange wird die hier auffallen? Warte kurz auf mich! Ich bin gleich dead. Jetzt bin ich dead. Okay. Ich denke, wir spawnen zusammen. Drei. Vier. Nice. Zu Glück bin ich doch gestorben, Alter. Ich brauche nochmal, Leo. Und Stressor-Go. Oh ja, klar. Boah, krass. Keiner greift an. Hier. Nur der eine Pisser, der jetzt wegrennt. Hier. Lämter. Da will ich. 85. Boah, was habe ich jetzt denn für einen Anfang? Der Klaus der Aufgabe. Geil. Boah, aber das sind auch zu viele, Alter. Die wollen jetzt, glaube ich, auch einfach nochmal ein paar von uns gehen. Ey, das ist dem abgreifender. Den Linken, ne? Gimli. Gimli, ja. Nicht auch für. Ich schwöre, die sehen uns nicht, Alter. Dann gehen wir wieder alle auf uns. Er und ab. Gew Pfarrer. Ach, schön. vibr Meredith. Ich sch glow und prec var. Heiler, gehalt' Und das ist Tor sich aus. In 2017. Komm eine kommen wir jetzt zurück. Ich habe jetzt keine Waffe. Und das closet oben doch Dres高 Court page. Der Film wird verstanden. Das ist ja entsteht. O beha, nun dieffend. Oder, lenkt Sie alle ab. Das ist das immer. Achte tropft denn Ried der Achtet immer drauf. Jetzt das sehen wir Speed materialist nicht. So, dass er wieder alle meine Zauber beginnt. die sich in Schild es wird das ist der Fernseher und jetzt wieder geheilt kann mir in dem Fall relativ egal sein wenn ich jetzt halt jetzt kommen welche Leuchtturm können sogar den 3 zu 0 beißt der Führung das sind allerdings an der Begründung er hat auch keine Rüstung sind aber glaube ich gerade im BG schon mal die ganze Zeit getötet abgeraht ja der ist tot der ist aber tot der Stil jetzt ist er der warum denn was fragt er immer so wie will die Stolz nächstes Jahr das sollte mich auch passieren sie sind ja gleich gar nicht mehr da hab ich doch schon aber so wo es an der Menschheit hat er nicht getan er ist ein Krieger der Mitglieder der Städte vierter aber ich werde natürlich genau die falsche Rechte die Neuwerfüße ich bin der Fall meine Fresse alter wieder betort es ist auch noch geschrieben ist so ist ein Glück muss die Rekord vielmehr ist das ein ZF-Win-Altern ZF ZF 6 Zwei Krieger hinter mir, ist das geil? Sturmangriff Du kommst weg Sturmangriff 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 Und dann ist bei dem anderen der Sturmangriff wieder ready Das heißt viermal Sturmangriff, Alter Yes Und er hat gerade geschrieben Komm, geht ganz schnell, aber Nexus Sag nächstes Mal eher bescheuert, dann können wir das machen Aber so nicht Fünf Intervier, Intervier, Intervier Intervier Ach Ja, das ist gewonnen Ja, ist auf jeden Fall gewonnen Dieses BG sei gewonnen Vielleicht gibt es noch ein 3-0, aber dafür dürfen die zu hart LT Und gehen zu wenig auf andere Sachen drauf Ja, die haben doch gar keinen Bock mehr, Alter Alleine unsere Stressaktionen, Alter Da haben sie jetzt auch wieder gebraucht Da bin ich ganz sicher 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 Vielleicht kann ich jetzt noch mal tabben Und was ich jetzt dafür geben würde, den Ali-Chat zu lesen, Alter Wie sie sich gegenseitig anflegen Oh ein Wasserwerk ist keiner mehr Tabben jetzt Tabben 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 Und Daiko Ja, das wird vielleicht sogar der 3-0, so Und ich kill doch einmal hier Lämter Das wäre ja die Krübung, wenn wir das doch eben hinkriegen. Tipps, Charnera oder so. Töte dich, ja. Nee, ich will Lampter töten. Das ist so ein Opfer. Lampter, diese Charnera ist der Healer, Alter. Und der ist fast dauernd. Lampter, sonst gehst du immer mit hoch. Alter. Das ist doch eh scheißegal. Schein eben das 3-0. Lampter ist dead. Jetzt alle zum Friedhof hoch. Sage, Alter. Oh no! Keiner darf die Wasserwerke. Okay. Lass mal schnell hin. Ich will 3-0 gewinnen. 98. 18, 90. Wir können 3-0 gewinnen. Oh scheiße, das ist so ein Pimmelcreech. Pimmelcreech. I need help. I need help. Jetzt ehrlich? Wir könnten 3-0 gewinnen. Ja, ich komm rüber. Aber 1, 9, 3, 9, 4, das schaffen wir nicht mehr. Weil wegen Tab und so, ne? Oh nein, dieser Pisser! Ich bin da, gleich. Aber ich komm nicht mehr rechtzeitig an. Ach, da hast du fast re-tabbed, oder was? Ganz knapp. Wieder ganz knapp. Oh man! Schade. Nein, ich hatte ihn in den Wucherwurzeln und der konnte halt nichts machen. Und dann hat er sich aus den Wucherwurzeln befreit. Weißt du, mit diesem, mit der Insignia. Damit beenden wir die Folge vor Stormwind. Leute, haut da rein und bleibt sauber. Tschü-Tschü. Keine Drogen.